So Leute, China-Böller B von Leslie. Mal schauen, was sie taugen. Ich erwarte das Schlimmste. Ja, qualitätstechnisch ist halt moderner Scheiß. Kann man nicht zu viel sagen. Steht hier eine, ähm, dran. Dass diese Holländer das nicht dran schreiben. Oh, die geht aber schnell. Gar nicht mal so übel. Ah, die sind jetzt okay. Sehen schlechter aus als die Signalen. Oh, der hat schön gefunkt. Der war schön laut. Boah, qualmt das hier. Alles voll qualmt. Irgendwann muss ich mir auch mal Rauchbomben kaufen. Na, schön in die ganze Straße zu qualmen. Der letzte war aber schön laut. So, Zeit läuft noch. Ich glaube in 40 Minuten ist der Akku alle. Wenn ich so weitermache. Heißt, ich hab noch genug Zeit. Zum Bölleren. Silvester ist ja bloß einmal im Jahr. Ja, der hat nur bis hierher gespritzt. Oh, das waren alle. Also, tschüss bis zum nächsten Video. Kann man machen, die Böller. Bis zum nächsten Mal.